Ich bin Wehr, ich kann etwas und ich habe Zukunft. So simpel. Ich bin nicht nur das Nichts, was da oben aus dem Witzchen herunterrollt. Aber ich bin Wehr und ich kann etwas tun. Ich kann etwas tun und ich kann etwas verändern. Und Ergo habe ich zukommen. Ja, bedrückst du dir das? Okay. Warum willst du Bomber sein? Für alle Menschen. Warum willst du Polizist sein? Für keine Schule. Wir sind keine Schule im üppigen Sinne des Wortes, wir sind eine Lebensschule. Für Schulen, fürs Leben. Wenn ich gesagt habe, ich bin der Hauptsponsor gewesen, dann fand ich es einfach spitze, dass ich das konnte. Oder wenn ich davon das gemacht habe. Für mich war nie die Frage, ob ich das wollte. Das habe ich einfach getan. Das ist mein Hobby, wenn du das so wissen willst. Von diesem Weg. bestseidig. est Untertitelung des ZDF, 2020